So, jetzt hat er in uns wieder was. Wunderbar! Gutes Kind! Mach das doch nicht mit Absicht! Der kann doch nicht anders! Der muss doch riesig! Ja, der arme Kerl! Der ganze Tag nicht rausgekommen! Ja, von wegen! Seit gestern Mittag nicht mehr! Hoffentlich hast du ihn jetzt nicht zugeguckt! Rein! Freut dich, ne? Irgendwie hat der einen kleinen Platz. Du, jetzt freut dich! Der freut sich, der ist gerade eher als du! Jetzt vom Timing besser, Barbara!